Ein herzliches Moin meine lieben Freunde! Bitte denkt immer daran, die Rettungsgasse rettet Leben. Wenn ihr so etwas in eurem Rückspiegel seht, dann beachtet bitte, der linke Vorstreifen fährt nach links, alle anderen Vorstreifen fahren nach rechts. Nur so können wir schnellstmöglich an die Einsatzstelle kommen, um vielleicht auch euch oder euren Liebsten helfen zu können. Fahrt immer vorsichtig und passt auf euch auf!